Fashion Night im Sillpark mit einem ganz besonderen Stargast, Daniela Katzenberger. Moderator Benni Hörtnagel bekam erste Sprüche à la Katze serviert. Auch wenn ihr voll böse seid und ihr spricht ja nicht in eurem Dialekt. Dann musst du lachen. Ne, das ist ja nicht lustig, nicht auslachen, das klingt halt so niedlich. Und das Schlimme ist am Skifahren, dass man so schnell Hunger kriegt. Das ist wie beim Schwimmen, da kriegt man ganz schnell wieder Hunger. Und wenn ich Hunger habe und ich kriege nicht sofort was zu essen, dann werde ich scheiße. Naja, da konnte im Sillpark abgeholfen werden. Ich höre die ganze Zeit hier wohl, jetzt habe ich ein bisschen Winddruck. Beim Meet & Greet stand die Blondine Rede und Antwort, schrieb geduldige Autogramme und nahm sich auch für lokale Reporterfragen Zeit. Und dann startete man in die Fashion Night. Zwischen den Modedurchgängen gab es immer wieder Katzenberger. Und dann startete man in die Fashion Night. Und wenn ich Single bin, verrate ich da nicht. Ach, wenn da jetzt wieder die Adern auf den Stirn platzen. Ich gebe dir mein Handy, du meinet weiter. Ich höre dir so gerne zu. Du musst so gerne mit. Braust es. Nein, du, ich, 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 mein, mein Puls ist... Mach mal so. Na was? Glück gehabt. Ja. Da wackelt's woanders. Ja. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch nichts zum Tanzen. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Und auch nach Veranstaltungsende wollte sich keiner von der Katzenberger trennen. Und sie blieb geduldig, gab Antworten, schrieb Autogramme und erfüllte fast alle Wünsche.